Es ist aber jetzt mal so, es kommt irgendwann der Punkt, da kann man sich gegenseitig nimmer mehr Schäß auf. Das geht's uns verrückt nicht aus. So viel Mühe kann man sich gar nicht geben, es geht einfach nicht. Was macht man dann? Ich bring mich um, ich hab genug. Die ganze Stärzoll reißt ein Betrug. Ich bring mich um, ich mach ein End. Nur vorher schreib ich dann ganz geschnitten, mein Testament. Mein Hirn, das kriegt die Polizei. Weil die hat eh keinen Sohn, die nimmt das sicher gleich. Mein Körper schön geht, der Medizin. Und noch mehr Arschloch kriegt das Finanzamt weg.